Die geriatische Untersuchung ist sehr umfangreich. Neben der routinemäßigen internistischen Untersuchung, Herz, Lunge, Pulsstatus und anderen, untersuchen wir auch die geistige Leistungsfähigkeit mit gewissen Assessments, die emotionale Stabilität, die Leistungsfähigkeit der Muskeln, die Gehgeschwindigkeit beispielsweise, die körperliche Selbstständigfähigkeit, kann ich alleine auf Toilette gehen, kann ich mich alleine anziehen, essen und trinken, den sozialen Zustand, wo komme ich her, muss ich Treppenstufen gehen, habe ich Angehörige, gibt es eine Patientenvollmacht beispielsweise und die Eroierung der vorbestehenden Medikationen.